Hallo und herzlich willkommen bei Bausachverständiger Frank Obermann. Bereits seit mehreren Jahren bin ich Ihr Bausachverständiger für Schäden an Gebäuden und biete darüber hinaus Wertermittlungen in Mülheim an der Ruhr. Wir arbeiten professionell, erfahren und weisungsunabhängig. Mein Team und ich arbeiten strikt nach dem Motto begutachten, bewerten, beraten. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden und sind gerne auch abends und am Wochenende für Sie da. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Kontaktieren Sie uns.